Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Episode Hardstone mit mir, dem Lien, und zwar im Kartenchaos. Folge Nummer 2. Das war die erste Folge, die letzte Folge direkt blind reingegangen, blind einen Sieg geholt, kann man sagen. Aber jetzt möchte ich mal ein neues Deck bauen. Und zwar habe ich zwei Ideen im Kopf. Die eine Idee kann ich euch ja schon mal spoilern. Und zwar Rogue. Und nicht irgendein Rogue. Guck mal, Zauber. Ja. Wo bleibt mein Anteil? Und, was ich auf jeden Fall auch haben will. Natürlich habe ich den überhaupt. Hahaha. Ja, der kommt wieder rein. Der kommt wieder rein. Der kommt wieder rein. Der kommt rein. Wer ist denn noch mal dieser Goblin, der... Hier ist mal Karten zieht, wenn man... Einen Zauber macht. Könnt man eventuell gut einbauen, ne? Aber ich habe den, glaube ich, gar nicht. Kann das sein? Boah, ich sehe das schon. Den gar nicht. Das ist natürlich schlecht. Das ist natürlich schlecht. Ich könnte mal den goldenen Mogasoga einpacken. Just for fun. Das ist eigentlich. Aber ich weiß nicht. Das ist ja nichts. Da ist eigentlich wieder oben. Und dann der wird hier oben. Vielen Dank. Die andere Idee war übrigens Jäger. Ich hatte gerade überlegt, ob ich das spoilern soll oder nicht. Aber so schlimm ist da ja auch nicht dran. Ist da ja auch nichts dran, ne? Eigentlich ist da ja nichts Schlimmes. Komm, just for fun baue ich den jetzt mal ein. Warum nicht schnell und wenn nicht jetzt, wann dann und so weiter. Das übernehme ich. voll crazy wir probieren das aus je bekloppt desto besser im karten chaos muss man auch dazu sagen da muss man dazu sagen ich habe es so gewollt seid auf der hohe Die Freude ist ganz meinerseits. Jalewix. Oh ja, da kann ich auch eine Dreierbande drauf machen auf den, ne? Ist okay. Ich werde es Ihnen allen zeigen. Ich glaube, das sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Oh, komm. Los geht's. Springfalle, jeez. Hmm. Lege ich den oder den oder den als nächstes, würde ich sagen, den, ne? Weil der wird ja aufgegessen, einfach so. Los geht's. Und cool. Könnte halt ein Gegenzauber sein Oder ein Kopieren, das wäre natürlich bitter, ne? Komm, ich gehe aufs Ganze Und verloren Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr Die kosten doch sowieso null Mein Freund Da ist Angel, ne? Holzblitz, Junge, Junge, okay Ich bin fast Banane, ne? Wer hätte das gedacht? Vernichtet alle Diener außer auf jeder Seite Den Diener mit dem höchsten Angriff Das wäre bei ihm der, bei mir der Hallo, Kumpel Hm Das ist gar nicht so cool Weil die kosten bei mir nicht, ähm Null, ne? Oh, bleib mein Anteil Oh, bleib mein Anteil Oh, bleib mein Anteil Ha Oh, bleib mein Anteil Die Zeit ist weg Die Zeit ist weg Ich bin tot Kein gutes Spiel Meine Hand ist zu voll O-K Trag nicht, Tom! Trag nicht, Tom! Gut gespielt, es tut mir leid. Ja, dann guck mal, komm. Gar nicht mit Leben, ne. Ich hoffe euch hat's gefallen, in der nächsten Folge mach ich glaube ich Marnjäger, mal gucken. Tschüss!